Hallo Jungs, ich zeige euch heute das Auto, was ich im Moment gerade fahre. Das ist der BMW Active Tourer 220D. Die interne Modellbezeichnung bei BMW ist F45. Und der BMW Active Tourer ist im September 2014 auf den Markt gekommen. Ein Auto, was zu der Zeit etwas an Aufsehen erregt hat. Das erste Mal, dass BMW ein Auto im Segment der Minivans entwickelt und in Produktion gebracht hat. Und auch das erste Auto unter der BMW-Marke, was mit Vorderantrieb angeboten wird. Und im Übrigen auch mit einem Dreizylinder als Basismotorisierung. Und Aufsehen war schon relativ groß, als das Auto in Produktion gegangen ist. Weil hier natürlich ein Versuch stattgefunden hat, ein Familienauto mit den BMW-typischen Attributen wie Sportlichkeit und Dynamik zu verbinden. Ja, und 2015 hat BMW dann noch den Grand Tourer in Produktion gebracht. Das Auto, der Grand Tourer basiert auf dem Active Tourer. Hat allerdings eine Karosserie, die etwas höher, etwas breiter und etwas länger ist. Ja, und den BMW Active Tourer, den zeige ich euch jetzt mal. Ja, das ist also jetzt der BMW Active Tourer. Die Variante, die ich hier habe, mit LED-Licht zu erkennen an dem Angel Eye Tagfahrlicht. Ansonsten, es handelt sich hier um den 220D, also ein 2 Liter Turbodiesel. Charakteristisch für den 220D sind hinten die zwei Auspuffrohre. Der 220D hat 190 PS und 400 Nm Drehmoment. Die Fahrleistung für das Auto daher, ja, schon recht sportlich, kann man schon sagen. Der 220D hat drei Fahrmodi, den Modus Sport, Komfort und Eco Pro. Besonderheit in dem Eco Pro Modus ist, dass während dem Eco Pro Modus im Schub Energie rückgewonnen werden kann. Das heißt, es gibt eine gewisse Rekuperation und auch während dem Bremsen, womit elektrische Energie erzeugt wird. Das heißt, man muss dann weniger Energie über den Generator oder über die Lichtmaschine erzeugen und dadurch kann entsprechend Sprit gespart werden. Das Auto hier hat jetzt ein Schaltgetriebe. In Verbindung mit dem Automatikgetriebe gibt es im Eco Pro Modus dann noch die sogenannte Segelfunktion. Das heißt, wenn man Fuß vom Gas nimmt, wird Motor und Getriebe getrennt und das Auto rollt dann entsprechend mit einem geringeren Widerstand und rollt einfach länger und braucht dadurch ebenfalls deutlich weniger Sprit. Also das sind so einige Maßnahmen, um den Spritverbrauch zu reduzieren. Ja, im Eco Pro Modus gibt es dann noch so verschiedene Anzeigen auf dem Display über die Fahrweise. Und man kriegt dann auch noch Hinweise, wie man möglichst spritsparend das Auto bewegen kann. Und ja, mehrere Maßnahmen, um den Spritverbrauch entsprechend runterzulegen. Das heißt, man muss dann wiederholen, um den Spritverbrauch zu reduzieren. So, ich bin jetzt unterwegs im BMW 220 Diesel Active Tourer. Zwei Liter Diesel, 190 PS, 400 Nm, was sofort auffällt. Der Motor ist verhältnismäßig leise, also sehr, sehr gut abgedämpft im Innenraum. Er hat mir davon relativ wenig. Was das Auto hat, eine Besonderheit und was immer mehr in den Markt bringt, ist ein sogenanntes Zentrifugalpendel an dem Zwei-Massen-Schwungrad. Dass zusätzlich zur Geräuschdämmung auch noch die Vibrationen, die durch den Motor angeträgt werden, sehr, sehr gut wegdämpft. Also, dass man das Auto sehr niedertourig auch fahren kann. Was wiederum dazu führt, dass man auch die Möglichkeit hat, das Auto wirklich sehr, sehr sparsam zu fangen, wenn man mit niedrigen Drehzahl fährt. Und es ist wirklich überhaupt nicht störend, wie das bei anderen Fahrzeugen ist, die eben so ein Feature nicht haben. Wo dann durchaus bei niedrigen Drehzahlen entsprechend der Motor fiktiert. Ich fahre die Schaltgetriebe-Variante. Ich habe den Zweier BMW schon in diversen Variationen gefahren. Jetzt mal mit dem Schaltgetriebe. Das Schaltgetriebe macht BMW nicht selber. Traditionell kauft BMW Getriebe immer ein von verschiedenen Lieferanten. Und seitdem BMW den Mini macht, der ja auch vorderter Antrieb hat, wie dieses Auto hier, kauft BMW Getriebe bei der Firma G-TRAG. G-TRAG, großer Getriebehersteller. Und auch das Getriebe in dem Fahrzeug hier ist Getriebe von der Firma G-TRAG. Und was ich sehr erstaunlich finde, obwohl hier bei einem Fahrzeug mit Vorderantrieb, wo das Getriebe natürlich vorne, direkt neben dem Motor quer eingebaut ist und damit natürlich eine ganz andere Anbindung zwischen dem Schalthebel und dem Getriebe gibt. Und nämlich in dem Fall durch Kabel im Vergleich zu den üblichen Getriebe-Varianten, die BMW-Produktion hat für die heckgetriebenen Fahrzeuge, fühlt sich das Getriebe hier wirklich sehr, sehr BMW-typisch an. Also die Schaltbarkeit entspricht der BMW-Charakteristik, das finde ich schon sehr, sehr gut gemacht. Insgesamt die Schaltbarkeit von dem Getriebe recht gut. Sportlich, die Gänge flutschen da recht gut rein. Und auch klassisch für BMW hat das Auto für den Rückwärtsgang eine Schlagsperre. Das heißt, man muss mit recht großem Kraftaufwand den Schalthebel nach links bewegen, um dann in die Gassen zu kommen für den Rückwärtsgang. Das mag nicht jeder, weil es wie gesagt viel Kraft braucht, wenn man ein bisschen kleiner ist, dann kann es schon mal bedeuten, dass wenn man unterarmert mit einer kleineren Hebelänge, dass man das als störend empfindet. Ist aber eine Gewöhnungssache und kann man mit klarkommen. Auch speziell für die Variante mit dem Schaltgetriebe hat der 2er BMW eine Funktion, die heißt REV-Matching. Das heißt, beim Runterschalten, wenn ich die Gänge wechsle, wird während dem Schaltvorgang die Motordrehzahl schon auf das Niveau gebracht für den nächsten Gang. Das setzt natürlich voraus, dass das Getriebe einen Sensor hat, was auch die Gänge tatsächlich erkennen kann. Das heißt, der ist hier verbaut und während dem Schaltvorgang, das heißt, wenn der Fahrer die Kupplung tritt, einen Gang einlegt, weiß das Steuergerät automatisch in welchen Gang der Fahrer schalten will und kann dann schon die Drehzahl entsprechend anpassen auf die Geschwindigkeit des Getriebes, sodass die Übergänge, wenn man dann die Kupplung kommen lässt, sehr, sehr weich sind. Das ist aktiv beim Runterschalten und ist sehr komfortabel, weil die Übergänge sehr, sehr weich sind. Wenn man insbesondere zum Beschleunigen nochmal runterschalten will, ist das wirklich ein sehr, sehr angenehmes Feature, wo es nicht ganz so angenehm ist und wo es auch ein bisschen Umstellung erforderlich macht, wenn man zurückschalten will, um das Auto abzubremsen, also als zusätzliche Bremsfunktion. Dann ist dieses Feature natürlich eher hinderlich, weil wenn man diese Übergänge sehr, sehr weich macht, bedeutet das auch, dass die Bremswirkung während Schubphasen natürlich entsprechend geringer ausfällt. Braucht also ein bisschen Umgewöhnungsphase, wenn man das Feature sonst nicht gewöhnt ist. Aber ansonsten, ich finde es trotzdem sehr, sehr angenehm und sehr komfortabel. Hat übrigens auch der Mini und es gibt so einige andere Autos, die das haben. Die Corvette zum Beispiel hat es, der Nissan 370Z hat es und unterstreicht auch so ein bisschen die Sportlichkeit von dem Auto und gibt zusätzlich zur Sportlichkeit natürlich ein gewisser Komfort. Was ich allerdings sehr erstaunlich finde, die Funktion Rev Matching, dadurch, dass der Motor während dem Schaltvorgang, wenn die Kupplung geöffnet ist, etwas Gas gibt, um die Drehzahl entsprechend anzupassen, steigt natürlich auch der Verbrauch. Und Verbrauchswerte gerade in der heutigen Zeit durch sowas zu belasten, ist natürlich nicht ganz so angenehm. Ja, wo man jedes Gramm CO2 natürlich sucht. Und BMW ist jetzt einfach den Weg gegangen, dass diese Funktion ausgeschaltet wird, wenn man das ESP deaktiviert. Und ESP wird ebenfalls deaktiviert, wenn das Auto einen Verbrauchszyklus auf den Prüfstand fährt. Das heißt, der Kunde hat immer diese Funktion, die ein bisschen mehr Verbrauch erzeugt, ist aber nicht aktiv, wenn eine Verbrauchsmessung durchgeführt wird. Und das ist in der heutigen Zeit gerade, wo Autoherstellern ja immer wieder so ein bisschen vorgeworfen wird, man würde schummeln. Natürlich sehr, sehr bedenklich. Ansonsten, das Auto hat drei Fahrmodi. Ein Sportmodus, Komfort und Eco Pro. Im Komfortmodus, Lenkung verhältnismäßig leichtgängig. Für mich sehr angenehm. Die Lenkung wird im Sportmodus relativ hart. Das ist gut, wenn man auf der Autobahn fährt, viel geradeaus fährt. Auf der kurvigen Straße ist das eher störend und unangenehm. Und das Fahrwerk findet auch etwas an zu poltern und zu wippen. Und ich hatte auch schon Beifahrer hier in dem Auto, die mir gesagt haben, dass sie das etwas störend, als etwas störend empfinden. Insgesamt ist das Fahrwerk sehr, sehr sportlich gemacht. Aber Komfort, ja, ich würde mal sagen, mit anderen Fahrzeugen aus der Klasse, da gibt es durchaus andere, die das besser machen können. Ansonsten muss ich sagen, Integration, alles sehr gut, sehr hochwertig. Die Materialanmutung sehr hochwertig. Was mich hier in dem Auto ein bisschen stört, man hört es vielleicht, das Gaspedal macht fürchterliche Geräusche. Und das hätte ich jetzt von einem Auto, von einem BMW, nicht unbedingt erwartet. So, und ich bin jetzt hier im Sportmodus unterwegs auf einer schön kurvenreichen Straße. Die 190 PS und insbesondere die 400 Nm, die sind sehr, sehr gut dosierbar. Sehr, sehr linearer Verlauf der Tremomentkurve. Und gut dosierbar und berechenbar. Was auch gut ist, insbesondere in den Kurven, wenn man die Kurven sehr, sehr schnell fährt, ist die Gewichtsverteilung, die trotz vorderter Antrieb, also der gesamte Antriebsstrang, wo der Getriebe auf der Vorderachse lastet, nahezu 50-50 ist. Also das Gewicht auf der Hinterachse und Vorderachse fast identisch. Ja, der BMW hat eine Hill-Hold-Funktion, sehr angenehm beim Anfahren. Das heißt also, wenn das Auto am Hang steht, erster Gang eingelegt, dass man den Fuß von der Bremse nimmt, bleibt die Bremse noch kurz angelegt und das Auto rollt nicht zurück. Man kann also sehr, sehr angenehm dadurch am Hang anfahren. Der Innenraum, das 220 Diesel Active Tourer, BMW typisch, hochwertige Materialien, alles gut integriert, typisch das Armaturenbrett, dem Fahrer leicht zugewandt, alles gut ablesbar, die Krümpfe alle an ihrem richtigen Platz. Das ist sicherlich keine Überraschung und man kommt hier sehr, sehr schnell, sehr, sehr gut mit dem Auto klar. Was mir unheimlich gut gefällt, ist das Display, was hier so frei schwebt, wie man das zum Beispiel auch in den aktuellen Mercedes-Modellen findet, mit einem sehr, sehr guten Bild, also das Navigation, die Navigationskarte wird sehr, sehr gut dargestellt und auch die Rückfahrkamera hinten im Heck gibt ein gestorchen scharfes Bild ab. Auch verfügbar im 2er Active Tourer ist das Head-Up-Display. Und zwar ist es gelöst mit so einer Projektionsscheibe hier vorne auf dem Armaturenbrett, leicht getönt. Die Daten, die dort hineinprojiziert werden, zum Beispiel die Geschwindigkeit, die Angaben der Navigation oder auch Abstandswarnungshinweise, sehr gut ablesbar, also kann man durchaus was mit anfangen. Besser wäre es vielleicht sogar noch gewesen, wenn man die Information direkt in die Scheibe hineinprojiziert, was allerdings technisch wahrscheinlich ein bisschen schwierig war, wegen der doch recht weit weg stehenden Scheibe und der Tatsache, dass die Scheibe relativ flach ist. Ich könnte mir vorstellen, etwas kleinere Personen, da wird diese Projektionsscheibe schon im Sichtfeld sein, sodass das wahrscheinlich ein bisschen die Sicht einschränken könnte, könnte ich mir vorstellen. Aber funktioniert, zumindest für meine Größen, sehr gut. Was ich hier gerne nochmal zeigen möchte, sind die Anzeigen, die das Feuer hier zu bieten hat. So, und dann im Sportmodus. Das ist jetzt Komfort. Jetzt habe ich Sportmodus, da wird also das Gaspedal etwas aggressiver eingestellt, die Lenkung ist etwas schwergängiger, das Fahrwerk in Tippen härter. Jetzt kann ich in der Sportanzeige, kann ich Leistung und Drehmoment mir anzeigen. Das heißt, wenn ich jetzt hier Gas gebe, Drehmoment geht jetzt auf 400 Newtonmeter, weil ich natürlich, die Drehzahl ist nicht ganz so hoch, deswegen geht die Leistung nicht voll hoch, aber Leistung zeigt der Miner entsprechend auch an. So, in einem Eco-Pro-Modus bekomme ich also auch eine Fahrstilanalyse zum Beispiel angezeigt und bezieht sich auf die Kriterien beschleunigen, vorausschauendes Fahren und schalten und zeigt mir auch ein, auf für einen bestimmten Fahrabschnitt, wie viel zusätzliche Kilometer ich mit dieser spritsparenden Fahrweise an Reichweite gewinnen kann. So, und ich habe jetzt zum Beispiel für das Schalten, weil ich sehr früh hochgeschaltet habe und viel im sechsten Gang fahre, bekomme ich jetzt einen Stern zum Thema Schalten, zum Thema vorausschauendes Fahren, also entsprechend Abstand zum Vordermann halten, nicht viele wechselnde Beschleunigungs- und Schubphasen, also sehr konstante Gaspedalstellung, ist auch sehr spritsparenden und dafür bekomme ich jetzt auch einen Stern. Und wenn ich möglichst wenig und schwach beschleunige, dann würde ich hier entsprechend auch noch einen Stern bekommen. So, und wenn ich jetzt viel schalte, dann nimmt er mir wieder einen Stern beim Schalten schon mal wieder weg. Und ich habe jetzt im Übrigen, weil ich jetzt fast 160 gefahren bin, gibt er mir hier die Anzeige, dass ich das Eco Pro Geschwindigkeitslimit überschritten habe und zeigt mir an, wenn ich langsamer fahren würde, dass ich dann entsprechend weniger Schmitt spare. Ja, ich sage mal, für Leute, die vielleicht nicht so technisch versiert sind, und die nicht genau wissen, unter welchen Fahrbedingungen sie am besten Sprit sparen können, ist die Anzeige sicherlich ganz interessant.